Vor vielen Jahren wurde in einer Schule in England heimlich ein Experiment durchgeführt. In dieser Schule gab es zwei Klassen, für Kinder gleichen Alters. Am Ende des Schuljahres wurde eine Prüfung gemacht, nach der die Kinder für die Klassen des folgenden Jahres ausgewählt wurden. Die Ergebnisse dieser Tests wurden allerdings nie bekannt gegeben. Nur der Schulleiter und die Psychologen kannten die Wahrheit. Das Kind, das die Prüfung als Bestes abgelegt hatte, wurde mit dem vierten und fünften, dem achten und neunten, dem zwölften und dreizehnten usw. in eine Klasse gesteckt. Das Kind mit dem zweitbesten Ergebnis kam zu dem Kind mit dem drittbesten Ergebnis, dem sechsten, siebten, zehnten, elften usw. Anders gesagt, auf der Grundlage der Testergebnisse wurden alle Kinder gleichmäßig über die beiden Klassen verteilt. Keine der beiden Klassen wäre theoretisch leistungsstärker gewesen als die andere. Und auch bei der Auswahl der Lehrer achtete man sorgfältig auf Ausgewogenheit. Die Klassenzimmer waren gleich eingerichtet und beide Parallelklassen ähnelten einander, soweit es nur möglich war. Es wurde nur ein Unterschied gemacht. Der einen Klasse gab man die Bezeichnung A und die andere nannte man B. In beiden Klassen saßen also Kinder mit gleichen Begabungen. Doch in den Köpfen der Leute steckten die klugen Kinder in Klasse A und die nicht so klugen Kinder in Klasse B. Einige Eltern von Kindern in der Klasse A zeigten sich angenehm überrascht, dass ihr Kind so gut abgeschnitten hatte und sparten nicht mit Lob und Belohnungen, wohingegen einige Eltern ihren Kindern in der Klasse B vorhielten, dass sie nicht fleißig genug gewesen seien und ihnen manche Privilegien beschnitten. Sogar die Lehrer behandelten die Kinder in Klasse B anders, da sie von ihnen nicht sonderlich viel erwarteten. Diese Illusion, dass Klasse A leistungsstärker wäre als Klasse B, wurde in diesem Versuch ein ganzes Schuljahr lang aufrechterhalten. Danach wurde mit all diesen Kindern abermals ein Test durchgeführt. Das Ergebnis war erschreckend, aber nicht überraschend. Die Kinder der Klasse A zeigten weitaus bessere Leistungen als die der Klasse B. Die Testergebnisse erweckten den Anschein, als seien im Vorjahr tatsächlich ausschließlich Kinder der besseren Hälfte der Klasse A zugeteilt wurden. Und jene der Parallelklasse waren jetzt wirklich Kinder der Klasse B geworden. Das hatte man ihnen ein ganzes Jahr lang weisgemacht, so wurden sie behandelt und weil sie sich selbst für schlecht erhielten, wurden sie es auch. Das war eine kurze Anekdote von Ajahn Brahm, darüber, wie die Annahmen, die wir über uns selber und über die Welt, in der wir leben haben, uns selber und auch die Welt, in der wir leben, tatsächlich formen und sie bestätigen. Dass die Welt eventuell gar nicht das ist, was wir glauben, dass sie ist, hast du aus der letzten Folge schon mitgenommen. Wie zuverlässig und liebevoll unsere Eltern mit uns umgehen, wenn wir noch hilflose Säuglinge und unbedarfte Kleinkinder sind, formt also unsere Erwartungen, die wir unbewusst unser Leben lang mitnehmen, an denen wir uns orientieren und unser ganzes Dasein ausrichten werden. Aber damit nicht genug. Wie alt warst du, als dir das erste Mal in den Sinn kam, dass deine Eltern vielleicht doch nicht alles wissen, dass sie sogar hin und wieder Fehler machen? Ich würde sagen, bei den meisten ist das so ab zwölf der Fall. Wir finden andere Menschen außerhalb des elterlichen Einflussbereichs, mit anderen Meinungen und Thesen über das Leben. Wir kommen ins Stutzen und kurze Zeit später ins Grübeln und in die Pubertät. Und gar nicht lang danach in eine Lebensphase, in der wir Partner wählen, von denen wir glauben, wir hätten sie uns ausgesucht, weil sie so schön, so schlau oder so witzig und so interessiert oder was auch immer wären und werden selber Eltern. Heute erzähle ich dir, wer oder was uns bei der Partnerwahl magisch anzieht und warum auch die Arbeit über den Körper für die Psyche hilfreich sein kann. Man sagt ja, die Geschichte wiederhole sich und die Dinge wären im Kleinen, was sie im Großen sind. Ich sagte letztes Mal, dass ich mir mit dir ab dieser Staffel nicht mehr nur die Welt in dir, sondern auch die Welt da draußen angucken möchte. Und ich habe prophezeit, dass vieles nicht das ist, was es zu sein scheint. Unser Geist trickst. Unser Unterbewusstsein trickst. Willkommen zurück zu meinem Podcast Burnout und der Leichtigkeit des Seins In der sechsten Staffel, Folge 2, Beziehungen. Beziehungen. Die Annahme, wir würden unsere Partner, Freunde, Arbeitgeber frei wählen, ist vielleicht einer der größten Irrtümer. Wenn du dich umschaust, wirst du feststellen, dass der Glaube, man müsse Kindern Dinge beibringen oder sie lehren, vor allem in Bezug auf das soziale Verhalten, weit verbreitet ist und von vielen Eltern mit großem Eifer verfolgt wird. Hier habe ich dir heute eine wichtige Information mitgebracht, die leider selbst bei den meisten Pädagogen einfach so unbeachtet durchs Bewusstsein sickert, obwohl sie über unser ganzes Leben entscheidet. Kinder lernen den Großteil ihres Verhaltens nicht logisch und nicht durch theoretische Ansprachen und Erklärungen. Der größte Teil, bis zu 80 Prozent ihres Verhaltens, lernen Kinder durch das sogenannte Modelllernen. In anderen Worten, sie gucken sich einfach alles ab. Sie lernen durch das Beobachten ihrer Modelle, die schon länger auf dieser Erde, in diesem Land, in unserer Gesellschaft leben und deswegen vermutlich wissen, wie es läuft und wie man hier am besten besteht. Ihre Eltern. Ihre ganze Welt. Diese Erkenntnis ist in der Erziehungswissenschaft nichts Neues. Sie besteht eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und trotzdem ist vielen nicht klar, was das für uns alle eigentlich bedeutet. Wir kommen zur Welt und sind erst mal mit Reizen überflutet, die wir gar nicht so richtig einordnen können und die uns erst mal auch reichlich egal sind. Was zählt, ist die Nähe und die Liebe der Eltern. In den ersten drei Jahren checken wir erst mal die Basics aus. Ist es ein sicherer, ein warmer Ort, an dem ich hier gelandet bin? Oder muss ich vielleicht jeden Tag hoffen, dass ich geliebt und beschützt werde, wenn ich Angst habe oder gefüttert werde, wenn ich hungrig bin? Muss ich an diesem Ort Einsamkeit fürchten, weil meine Eltern mich vielleicht einfach liegen lassen, obwohl ich etwas brauche und weine? Nach circa drei Jahren haben wir innerlich eine zuverlässige Datenlage darüber, ob diese Welt grundsätzlich gut und sicher für uns ist oder nicht. Denn Mama und Papa haben uns immer wieder getröstet, gefüttert, gekuschelt, wenn wir das brauchten. Oder eben nicht. Und so wissen wir schon mal, was wir alles Wunderbares von unserem Leben auf der Erde erwarten können. Oder eben nicht. Nach drei Jahren Basics auschecken, ist es also an der Zeit, sich mal etwas genauer umzuschauen. Und wir entdecken, dass wir Junge oder Mädchen sind und dass auch alle anderen Jungen oder Mädchen sind. Alte Jungs nennen wir Männer, alte Mädchen nennen wir Frauen. Aber wir müssen es ja nicht komplizierter machen, als es ist, dafür haben wir ja noch unser ganzes Erwachsenenleben lang Zeit. Und Gott sei Dank müssen wir uns nicht alles selbst erklären. Denn wir haben offenbar zwei Spezialisten hier, die sich Mama und Papa nennen. Was die alles können, das will ich auch. Und so rücken wir ein bisschen ab von der Welt und den Basics, die wir ja schon ausgecheckt haben und machen uns daran zu beobachten, wie wir hier auf diesem Planeten, in dieser Zeit, zu der wir auf ihn geplumpst sind, am besten klarkommen. Wie läuft der Laden hier? Was geht ab? Wir fangen an zu observieren. Was ist gut? Was ist schlecht? Wie viel Geld muss ich haben? Welche Kleidung tragen? Welche politische Haltung haben? Um von anderen anerkannt zu sein. Wie muss ich mich verhalten? Was muss ich sagen? Oder wen muss ich wie ansprechen, damit ich kriege, was ich will? Ist Gewalt eine Möglichkeit, mich durchzusetzen? Was sind die Mechanismen dieser Welt, in der ich später auch ohne Mama und Papa bestehen soll? Du weißt es schon aus Staffel 1, Folge 4. Gerade als Kinder beobachten wir, wie verrückt. So auch, wie Mama und Papa von Arbeit kommen und was sie erzählen. Und zwar nicht nur uns, sondern auch den anderen. Auf diese Weise erfahren wir, wie Arbeit sein muss, welche Bedeutung oder welchen Stellenwert sie im Leben hat, was ein guter oder ein schlechter Kollege ist, was man sich alles vom Chef gefallen lassen muss oder auch nicht und so weiter und so weiter. Klar, es gibt theoretisch immer tausende Möglichkeiten, die Dinge des Lebens, wie Job, Familie, Chef, zu betrachten, zu bewerten und mit ihnen umzugehen. Aber das wissen wir ja in dieser Zeit leider noch nicht. Und so kommt es, dass wir das Weltbild unserer Eltern für das Einzige und dementsprechend auch für das Einzige Richtige halten, selbst, wenn es vielleicht ein extrem negatives oder übertrieben positives Weltbild ist. Wir wissen ja noch nicht, dass sie auch Fehler machen, dass auch sie geprägt sind von den Bildern, die sie von ihren Eltern über das Leben und die Welt vermittelt bekommen haben. Dass es nicht in allen Familien so liebevoll oder lieblos zugeht wie in unserer. Dass nicht alle Erwachsenen in ihrem Job die absolute Erfüllung finden oder nicht finden. Dass andere Kinder niemals und wieder andere täglich Ohrfeigen kassieren. Das Erste und Einzige, was uns klar wird, ist, dass wir irgendwann auch selber erwachsene Männer und Frauen Mamas und Papas sein wollen. Und so stellt sich die Frage, wie ist eine erwachsene Frau? Wie ist ein Ehemann? Wie ist eine Mutter? Für Kinder ist es quasi ein bisschen wie im Theater zu sitzen und all die Rollen zu sehen und zu beobachten, die wir selber bald spielen wollen. Und zwar so gut und überzeugend wie das Original, wie die prominentesten Schauspieler, die unsere kleine Kinderweltbühne hergibt. Unsere Eltern. Und wir beobachten und beobachten und beobachten und unser Unterbewusstsein saugt all das wie ein Schwamm auf. Es sortiert Kisten in die Regale, auf die wir als Erwachsene zurückgreifen werden, die du schon aus Staffel 1, Folge 4 kennst. Natürlich sind auch diese Kisten mit den üblichen Aufschriften versehen. Was ich gelernt habe, was eine Mama wichtig findet. Was ich gelernt habe, was oder wie ein Partner seine Unzufriedenheit ausdrückt. Was ich gelernt habe, was ein Mann tut, wenn er wütend ist. Was ich gelernt habe, was eine Frau tut, wenn sie wütend ist. Was ich gelernt habe, was eine Frau tut, wenn sie Liebe ausdrücken will. Und so weiter und so weiter. All das speichern wir ab. Ungeprüft und unkritisch, weil wir es für das absolut Richtige halten. Mama und Papa sind die Welt und sie spielen jede ihrer Rollen perfekt. Davon ist auszugehen und deswegen gibt es da auch erstmal nichts zu prüfen. Falls du die vierte Folge der ersten Staffel noch nicht gehört hast, empfehle ich sie dir an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, genauso wie die Special-Folge nach der ersten Staffel, die Bonus-Folge 4 mit dem Titel Murphys Gesetze, negatives Denken und Murphys Gesetze oder so. Beide Folgen sind mit der heutigen Folge sehr eng verknüpft. Ja. Etwas Licht ins Dunkel der magischen Anziehung zwischen Menschen kommt auch mit Alexander Lohn. Nach dessen Erkenntnissen und Techniken sich auch einige Übungen im Burnout Coaching Berlin Online-Kurs und auch teilweise meine Coachings orientieren. Denn der Körper und Geist eine Einheit bilden, lässt die Psyche sich auch über den Körper heilen. Und genau das ist Alexander Lohns Ansatz. Körperübungen, die zur Umformung von Haltung in Körper und Geist führen. Er beschreibt unter anderem, wie es kommt, dass so viele Menschen das Gefühl haben, trotz größter Anstrengungen und Selbstreflexion immer wieder an die gleichen Partner, die gleichen Arbeitgeber, das gleiche Umfeld zu geraten, obwohl sie sich eine Veränderung so sehnlich wünschen und teils auch wirklich hart daran arbeiten. Und hier kommt die erste Ursache des Problems. Lohnen stellte fest, dass unser Körper sich oft nach den Gefühlen formt, die wir hauptsächlich in unserer Kindheit empfinden. Wenn wir also uns überwiegend unbedarft, sicher, geliebt, wertgeschätzt fühlen, werden wir zu aufrechten Menschen. Unsere Körperhaltung wird Selbstbewusstsein und Zufriedenheit und ein gewisses Gefestigtsein ausstrahlen. Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, wer also zum Beispiel oft Angst erhält, weil Leistungsdruck oder gar Gewalt und Verrohung zu Hause bei den Eltern einer Tagesordnung sind, wird Verspannungen entwickeln, und zwar genau dort, wo sich Muskeln reflexartig zusammenziehen, jedes Mal, wenn wir Angst haben oder uns erschrecken, im Nacken, in Schultern und im Rücken. Die Natur hat das so eingerichtet, denn diese Körperhaltung schützt unsere Lunge und unser Herz, wenn wir angegriffen werden. Aber die Natur geht noch einen Schritt weiter. Denn wer so regelmäßig Angst hat und sich schützen möchte, wie ein Kind, was ständig unter enormem Leistungsdruck steht oder gar Angst haben muss vor Abwertung oder Schlägen oder Ähnlichem zu Hause, der sich also so regelmäßig schützen möchte, verliert viel zu viel Energie, wenn er die Muskeln immer wieder an und entspannen muss. Und manchmal lohnt es sich dann, sie einfach angespannt zu lassen. Und das ist dann das, was sich zu einer Körperform entwickelt, die im Erwachsenenalter nur schwer wieder rauszuarbeiten ist. Aber was hat das mit Beziehungen zu tun? Nun, du weißt schon aus dieser Special-Folge über Murphys Gesetze und negatives Denken nach der ersten Staffel, dass unsere Körpersprache viel mehr verrät und beeinflusst, wie unser Alltag läuft und wie andere auf uns reagieren, als uns, das bewusst und lieb ist. Das hat damit zu tun, dass das Unterbewusstsein jedes Menschen, den du triffst, deine Körperhaltung scannt. Wir haben ja alle die gleichen Muskeln und die gleichen Reflexe. Das Unterbewusstsein deines Gegenübers weiß also aus eigener Erfahrung, dass du vielleicht sogar schon viel Erfahrung mit längerem wütend oder traurig oder ängstlich sein gesammelt hast in deinem Leben und auch dein Unterbewusstsein checkt die Körperform des anderen in Zehntelsekunden aus. Wenn euer Unterbewusstsein feststellt, dass ihr eine ähnliche Prägung habt, wenn euer beider Körperformen die gleiche Prägung vermuten lassen, dann ist es ein Match und ihr werdet magisch voneinander angezogen sein. Und das ist auch die zweite Ursache, warum so viele Menschen immer wieder bei den Partnern, den Jobs, den Freunden landen, bei denen sie doch eigentlich gar nicht mehr landen wollen. Unser Unterbewusstsein scannt nicht umsonst, ob jemand von seiner Körperform und seiner potenziellen Prägung zu uns passen könnte. Unser Unterbewusstsein ist auf der Suche nach jemandem, mit dem wir unser Leben verbringen können. Am besten jemanden, der uns versteht, weil er ähnliche Erfahrungen gemacht und beobachtet hat, wie die Welt funktioniert, wie wir. Jemand, der ähnliche Kisten im Unterbewusstseinskeller eingeräumt hat, wie wir. Jemand, der die gleiche Vorstellung davon hat, wie eine Frau ist, wie ein Arbeitnehmer ist, wie ein Vater ist, wie eine Ehefrau ist. Jemand, der die gleiche Dynamik gelernt hat, wie Partner, Eltern, Freunde miteinander umgehen. Egal, ob gut oder schlecht. Wir sind immer unbewusst auf der Suche nach jemandem, der zum Beispiel so reagiert, wie der Vater, wenn wir unsere Sorge oder unsere Liebe ausdrücken, wie wir es von der Mutter gelernt haben. Jemand, der seine Wut so oder ähnlich ausdrückt, wie es unser Vater getan hat, damit das Muster, damit umzugehen, welches wir zum Beispiel von der Mutter gelernt haben, auch anwendbar ist. Für unser Unterbewusstsein wäre alles andere eine Katastrophe. Wenn ich gelernt habe, mit der Wut der Mutter umzugehen, die jedes Mal anfängt zu schreien und hysterisch zu weinen und ich dann jemanden an meiner Seite habe, der vielleicht seine ganze Wut in sich rein frisst, dann ist es was ganz Unbekanntes, worauf ich kein Reaktionsmuster habe und das ist verunsichernd und führt dazu, dass wir uns verloren und vor allem extrem unwohl fühlen. Und das gilt es vor allem auf der Suche nach dem Partner fürs Leben aus Sicht unseres Unterbewusstseins, was gerne immer wieder die gleichen Dinge hat, zu vermeiden. Es ist wie ein Verhaltensmusterpuzzle. Wir sind also unbewusst immer auf der Suche nach jemandem, der das passende Gegenstück ist, damit wir so leben können, wie wir es selber gesehen und beobachtet haben. Jeder muss in seine Rolle. Das Theaterstück geht sonst nicht auf. Die Dialoge würden nicht passen. Manche dieser Dialoge und Verhaltensmuster mögen sogar destruktiv sein und ins Nichts führen. Aber wir wissen ja nicht, dass dies nicht die einzigen Dialoge sind, die man führen kann, wenn man wütend, unsicher oder was auch immer ist. Wir wissen nur, dass die Dinge ebenso sind, wie sie sind. Und hier schlage ich noch mal kurz den Bogen zu Alexander Lohen. Denn nichts ist zuverlässiger für unser Unterbewusstsein, um abschätzen zu können, ob jemand als Gegenstück für uns in Frage kommt, als eine Körperform, die sich über 10, 20 Jahre gebildet hat. Sein Match Prägung ist eine heimtückische Geschichte. Vielleicht fanden wir das total blöd, dass Mama oder Papa als Arbeitnehmer immer die Familie hinten angestellt und viel zu wenig Zeit mit uns oder zu Hause verbracht haben. Oder dass sie laut und ungeduldig wurden, wenn etwas nicht sofort funktionierte. Oder dass der andere Elternteil diese laute Ungeduld nie in die Schranken gewiesen hat. Aber unser Unterbewusstsein sagt sich, es geht ja nicht anders. Zumindest haben wir nicht gesehen, dass es anders geht. Und selbst wenn wir eine leise Ahnung haben, dass es anders gehen könnte, weil die Familie unserer Schulkameradin ganz anders war, haben wir trotzdem nicht oder nicht lange genug beobachten können, wie es anders gehen könnte, wie es anders gemacht werden kann. Und so ist die Suche nach einem Partner oder einem Job oder einem Kumpel, die ganz anders sind, als es der Partner, der Job etc. davor war, leider häufig im Erwachsenenalter nicht von Erfolg gekrönt. Hier zu guter Letzt noch ein einfaches, aber extremes Beispiel, welches mir in der Praxis recht oft begegnet. Kinder von Eltern, bei denen immer einer den anderen etwas unterbuttert hat, werden sich tendenziell immer unbewusst dazu entscheiden, entweder die Rolle und das Verhalten des Unterdrückten oder die des Unterdrückenden Elternteils zu wählen. Da das ja die einzigen beiden Optionen sind, die ausführlich studiert werden konnten. In der Welt dieser Kinder, die später dann als Erwachsene bei mir im Coaching sitzen, kann man nur das eine oder das andere sein. Man könnte quasi sagen, Macht und Ohnmacht war der Titel dieses Theaterstücks, welches auf der häuslichen Bühne immer wieder aufgeführt wurde. Und ein Kind, was bei den Eltern dieses Theaterstück immer wieder gesehen hat, einer unterdrückt und einer lässt sich unterdrücken, dieses Kind wird sich im Erwachsenenalter völlig unbewusst entscheiden. Entweder nicht der Unterdrücker, sondern der Unterdrückte zu sein, weil diese Rolle besser mit dem Gewissen vereinbar ist zum Beispiel oder den unterdrückenden Part einzunehmen, um selbst nie dem Gefühl der Wehrlosigkeit oder des Unterdrückt Seins ausgeliefert sein zu müssen. Und nachdem diese völlig unbewusste Entscheidung gefallen ist, wird diese Person sich genauso unbewusst den entsprechenden Partner als Gegenstück suchen. Also jemanden, der sich unterdrücken lässt, wenn die Person selbst sich für die Rolle des Unterdrückers entschieden hat oder eben andersrum jemanden, der klare Ansagen macht, wo es lang geht in der Beziehung, wenn er sich selbst entschieden hat, nicht die Rolle des Unterdrückers, sondern des Unterdrückten einzunehmen. Vielleicht fragst du dich, wie es sein kann, dass uns selbst als Erwachsenen oder als älteren Kindern nie aufgefallen ist, dass diese Art von Inbeziehung sein nicht die einzige ist, die es gibt auf dieser Welt und vielleicht auch nicht die gesündeste. Das liegt daran, dass durch die Kinderaugen die Beobachtungen im familiären Umfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit sich auch immer wieder bestätigt haben. Denn die Eltern und deren Geschwister, also die Onkels und Tanten, haben ja ebenfalls als Kinder Oma und Opa beobachtet und sich vermutlich dort die gleiche Dynamik abgeguckt, wie Eltern sind, wie Arbeitnehmer sind und eben auch Ehefrauen und so weiter sind. Wo auch immer wir als Kinder in der familiären Umgebung hingeschaut haben, die Dynamik ähnelte sehr wahrscheinlich immer öfter der, die wir auch zu Hause vorgefunden haben, wenn vielleicht auch in verschiedenen Ausprägungen. Wir wollen verstanden werden. Das ist quasi eins der höchsten psychologischen Grundbedürfnisse, würde ich sagen. Und deswegen wird es dich wahrscheinlich gar nicht so richtig überraschen, dass wir uns auch immer Freunde suchen werden, deren Körperform oder Haltung und Art sich auszudrücken und so weiter, sich immer in diesem uns vertrauten Bereich bewegen wird. Denn es sind ja diese Menschen, die die gleichen Beobachtungen über die Welt und darüber, wie Beziehungen sind, wie Männer sind, wie Frauen sind, wie Arbeit ist, mit uns teilen können und nachfühlen können, was wir denken und fühlen. Die genau wie wir einfach wissen, wie es läuft. Ich weiß genau, was du meinst. Männer kümmern sich nie genug um die Kinder und sind emotionslose Klötze. Ich weiß genau, was du meinst. Frauen können einfach nie mit Geld umgehen und sind ständig beleidigt. Bla, bla, bla. Nur das, was wir eigentlich bräuchten, um aus dieser Dynamik auszusteigen, nämlich einen völlig anderen Blickwinkel oder völlig neue Reaktionsmuster oder vielleicht einfach das Wissen, dass das nicht die Realität ist, was wir immer und immer wieder erleben, sondern nur ein Ausschnitt, werden wir hier nie finden können. denn fast alle Menschen, die wir uns unbewusst ausgesucht haben in unserem Umfeld, haben ja immer nur das gleiche oder ein sehr ähnliches Theaterstück angeschaut wie wir. Deine Annahmen sind die Fenster, durch die du die Welt siehst. Du musst sie von Zeit zu Zeit putzen, damit das Licht reinkommt. Ellen Alder Das heutige Mantra der Woche bezieht sich auf die Erkenntnisse über die Welt, wie wir sie sehen, aus der heutigen und der letzten Folge und darauf, dass jeder von uns einen einzigartigen Standpunkt hat, von dem aus er sie betrachtet, einschätzt, bewertet und in ihr lebt. Schatz, es ist nicht das, wonach es aussieht. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du glaubst, dass sie anderen in deinem Umfeld weiterhelfen könnte, dann teile sie jetzt über WhatsApp oder sonstige Messenger, sodass diese Personen mit nur einem Klick ins Hörabenteuer einsteigen können. Ich danke dir wie immer fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Zeit mit vielen bewussten Beobachtungen. Bis übernächste Woche. Deine Susi 2 3 1 2 4 4 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020